Sie sind hier, vergrößern, verkleinern über 10.000 Fans von Eintracht Frankfurt wollen ein Ticket für das Europa League Auswärtsspiel bei Benfica Lissabon Urheberrecht Getty Images 2. April 2019, 22 Uhr 43 Wenn Eintracht Frankfurt in der Europa League Auswärtsspielt, begleiten tausende Fans die Hessen. Auch in Lissabon wollen 10.000 dabei sein. Doch viele gehen leer aus.